Achtung Leute, Radio Zett 95.8, ihr hört die lokalen Leidenschaften live von Nürnberg Pop hier aus dem Bruderherz und es wird Zeit jetzt dieses Festival zu eröffnen und Tanzbar zu machen mit Dr. Umbuchts Tanzpalast. Warum haben wir euch dafür ausgesucht? Weil ihr uns mögt. Und warum? Weil wir gute Musikspiele... Ja? Nein? Vielleicht? Ja, lassen wir genau so gehen. Fantastisch. In welcher Form kann man euch mit nach Hause nehmen, falls es heute nicht klappen sollte, dass man die nächsten 20 Minuten ins Bruderherz kommt. Also entweder nimmt man alle mit oder keinen. Wir spielen heute Abend um 21 Uhr im Hotel. Wir haben drei Hotels, mit denen wir zu tun haben und zu kämpfen haben. Adina heißt es. Es heißt Adina Hotel. Ganz genau. Und ja, wir haben unsere Schauplatte dabei. Tatsächlich. Ein heimliches Pre-Release. Tatsächlich. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag. Wir sind Dr. Umbuchts Tanzpalast, eine Musikgruppe aus Bamberg. Lieber Finn, ich freue mich. Danke, dass ihr hier seid. Glaubst du an Yoga? Glaubst du an Medizin? Glaubst du an Globulin? Glaubst du an Beta-Carrosin? 이해ne. Glaubst du an Die Alexардie? Glaubst du an Theorie? Glaubst du an Sozialistums? Glaubst du an Anergie? Glaubst du den Spacken? Glaubst du den Fakten? Glaubst du an Empfehle? Glaubst du den Aten? Glaubst du an Gelegenheit? Glaubst du an Teufel? Glaubst du an Irgendwie? Sitz' so'ne Hose auf der Couch Das Universum expandiert Und ich frage mich auf, woran ich glaube Jemand interessiert Sitz' so'ne Hose auf der Couch Das Universum expandiert Und ich frage mich auf, woran ich glaube Jemand interessiert Ohne Hose Glaubst du den Fakten? Glaubst du an Kai? Glaubst du an Effizienz? Glaubst du an Synergie? Glaubst du an Recht und Ordnung? Glaubst du an Sicherheit? Glaubst du, wir sind die Guten? Glaubst du, wir gehen zu weit? Glaubst du an Ruder Steiner? Glaubst du, wir sind so dumm? Glaubst du, den Bayerischen Kultusministerium? Glaubst du an Romantik? Glaubst du, steht auf Spaß? Glaubst du an die Spirale? Glaubst du, den Bayerischen Kultusministerium? 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 Ich sitze ohne Hose auf der Couch, das Universum explodiert Und ich frag mich, ob wobei ich glaube, jemand interessiert Ich sitze blau und auf der Couch, dass meine Hose expandiert Und ich frag mich, ob ich hier bitte, jemand interessiert Ohne Hose Ohne Hose Ohne Hose Vielen Dank! Vielen Dank! Hit it!